Hey und Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Island 2 und ja ich würde sagen wir machen es wieder weiter mit der Story Ok wir können ja nicht gehen hier glaub ich Na wir sind fertig Gehen wir nach Bel Air zurück Rob Kick Boah geil Hätte ich den Schädel runtergekommen Ah warte mal jetzt ist hier offen Ich glaub ich seid schnell zurück oder Und Koffer Und tot Warte was ist hier jetzt Achster bin ich wieder hier Alter verpiss dich Dem was fallen gelassen Portaginenriegel Und da ist nochmal ein Dolch drin Ich würde sagen den Nehme ich dann auch mit Aber Oder ist der genau so gut Ich weiß gar nicht Ich würde sagen ich zahle hier nochmal so ein Teil Also nochmal so eine Axt Was ist denn da? Achso das ist hier Warum ist denn jetzt offen? Ich habe den Ich habe den hier gar nicht rauf gemacht oder? Da war ich vorne noch zu Da habe ich den Also diesen Äh Hauptschlüssel Da noch gar nicht gehabt So So das ist Level 7 Jetzt muss ich den Jetzt muss ich die da noch killen Und Fertig Okay warte mal ich kann hier mal kurz rein Wenn schon Fähigkeiten Na passt eigentlich Warte mal ich hätte hier noch was Neues glaube ich Sichere Raum Achso das haben wir schon vorgegeben Das ist neu Ah Ah Ziel aufs Knie rutsch Angefähr erhalten Einen großen Schadensboost Das wäre eigentlich ganz cool Aber warte mal hier Das lasse ich auch nochmal drin Serienkiller Ah ich würde sagen das lassen wir auch mal drin Bargeld haben wir da gefunden Bargeld haben wir da gefunden Ist immer noch zu Warte mal auf den Weg zurück haben wir dann eh auch wieder diese Werkbank da Und der steht mit einem Schlag tot Das ist geil Ein bisschen verstümmeln Ich denke warte mal hier da Achso das ist wieder da Naxt Ist gewöhnlich aber Nehme ich trotzdem mal mit Ich zerleg das hier mal Ok wir sind jetzt wieder hier Ok wir sind jetzt wieder hier Warte mal da drüben schau ich nochmal rein Das wäre geil Haben wir da nochmal was Draht Zweimal Na ich soll meine Axt dann langsam mal wieder operieren Aber davor wollen wir uns die beiden da noch Ok perfekt beide tot Die leben glaube ich eh auch nicht mehr Ah doch der eine schon Stoff Stoff Scheiße Scheiße Ach scheiße Scheiße schneller. Fuck man, ich bin ich so gut eigentlich. Ich heil mich mal lieber. Alter, der hat mich trotzdem... Scheiß, ich muss ausweichen. Boah. Und ne Spritze. Warte, da ist was. Warte, wir den holen uns auf jeden Fall. Ich bin schon wieder gleich tot. Wie viel Schaden machten wir? Schauen wir mal, dass wir den hier killen können. Alter, fuck man, warum ist der so stark? Boah, ich bin tot. Alter. Wir sind wieder hier und... Okay, ja, dann lass ich ihn mal aus, oder? Wohl. Ich geh den hier nicht holen. Wenn man ausweicht, dann geht das eigentlich eh. Wenn man am Rücken draufschlägt, dann macht man glaube ich eigentlich immer kritischen Schaden, oder? Die sind eine Schwachstelle. Ja, okay, nicht immer. Aber ist auf jeden Fall gut, dann trifft er nicht so schnell. Oh, fuck. Schon wieder? Nein, Alter, das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich nicht mal auf meine Gesundheit geschaut. Und nochmal gestorben. Das gibt's ja nicht. Hab ich irgendwelche Wolf-Waffen, oder sowas? Ach so. Da gibt's ja Emotes. Aber warte mal, aber der ist... ...ähnlich wieder vollgehöhlt. Da kommen wir da, wenn ich jetzt... Da kommen wir da, wenn ich nicht hinbeweisere. Da kommt nicht einfach... Scheiße, das war daneben. Geht's heilen. Boah, das verreckt doch endlich mal, man. Das gibt's ja nicht. Warte, der andere Arm ist unten. Jetzt ist mir der ganz wenige Zweck. Aber hier ist es auch gleich wieder gebot. Alter, bitte, jetzt stieb doch mal. Ich kann mich da jetzt nicht mehr heilen. Liegt da irgendwas? Leider nicht. Ah doch, hier. Okay, bringt jetzt aber nichts. Boah, ich kann raufklettern. Scheiße. Äh, 111 mit 14, nämlich die Schaufel. Und wir haben ihn, geil. Das ganze Zeug mal mit. Schlüssel zu Militärvorräten, das ist geil. Lass ich liegen. Okay, die Zombies lassen wir zu meinem Leben. Ich will schnell zu der Werkbank dahin rennen. Dann wieder Draht, zweimal. Dann reparieren wir's mal alles. Dann reparieren. Okay, sonst haben wir eh nix. Habe ich schon auf jeden Fall wieder die Axt raus. Ah, hier unten. Das ist jetzt Nacht. Okay, wir müssen wieder zum Haus da zurück. Aber ich würd sagen, wir... Na ja, umgeschaut haben wir uns eigentlich eh schon. Also, wir rennen einfach mal hier zurück. Ah, noch ein Nebenquest, okay. Warte mal, dann schau ich mal kurz auf die Map. Äh, wo ist das jetzt genau? Mann, wie seh ich da... Das ist immer noch markiert, das hab ich da weggegeben oder nicht? Wo ist denn jetzt diese Nebenmissionen? Quests? Äh, Karte? Ja, das ist im Weg. Bis dann zu sehen. Na, warte mal, zurück. Quests? Und verfolgen. Ist das hier? Warte, wir schauen mal kurz aufs Dach rauf. Aber ich brauch Medi-Kids. Ist da noch... Ah, da liegt die wieder eins. Na, warte mal, Karte. Aber bin ich irgendwie behindert oder wird mir das hier angezeigt? Wo ist denn diese Nebenmission? Das ist ja die Store-Request. Warte, ich schau hier einfach mal aufs Dach rauf. Das gibt's ja nicht. Wow. Ah, da sind wir oben. Also, ich muss das irgendwie wieder rauf... Ah, da oben. Da muss ich da zu dem wie rauf kommen. Alter, diese Scheiben immer. Energy Drink. Hier rauf wahrscheinlich. Ah, wir sind da, dass sie neben es tun. Hallo? Hey, Superfan. Es ist jetzt Zeit. Ich war zu denken, dass alle meine Followeren waren BOTs. Also, wo ist unsere Rite-Out? Private Jet, Shopper, Jetpack? Sorry, dass du in die Wurzeln bist, aber ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ah, da. Ich bin Amanda Stiles. L.A.'s top-trending-girl-in-the-jusy-flesh. Aber... Oh, fuck! Du hast nicht gesehen, meine Video? Ich habe es sichergestellt, diese Zeit. Also, all diese Explosionen und Spaß, du filmst es? Ja. Ich habe das Sch***-Gesel-Ausbiet-Kamera. Wenn meine Videos von Zomby-Guts gehen, dann werden sie überrasen, um sie zu senden in die Choppers zu retten, um unsere BOTs zu retten von L.A. Oh, Mann. Das ist ein Verzeln von Bel-Ausbiet. Great! Das ist einfach so großartig. Right? Problem ist, Es ist ziemlich schwer zu bekommen, um gut zu bekommen, während Sie töten zu töten. Oh, shit. Idee! Wir arbeiten! Wir lernstuckern hier, du sie auf die Amanda-Style, und ich bekomme Crystal-Clear-Shots. Warum nicht? Ich habe das Schmerz dieses Woche getan. Dann gehen wir los! Blast'em, Toad! Und nöch' einen Verlust, der auf dem verdammten Ruf zeigt! Lass die Böden auf den Boden fallen! Und keine Schmerzen in der ersten Minute. Ich bin bereits auf zwei Schmerzen. Okay, dreh die Musik auf und lock' ein paar Zombies zu dir aufs Dach. Oh. 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 No Medi-Kills. Warte, wir müssen die runterschmeißen. Also nicht töten, oder? Warte mal. Soll ich so unten? Okay, aber es könnte ein bisschen schwer werden. Ich muss die erstmal zu der Kante locken. Also zum Rand halt. Warte, ist die unten? Ah, perfekt. Ach, scheiße, 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 scheiße. Nein, ich sterbe. Auf keinen Fall sterben jetzt. Alter, wir kriegen die alle da hin. Vier Fäden. Vier Fäden sind jetzt noch. Vier Fäden sind jetzt noch. Boah, das geht voll schwer irgendwie. Letztes Medikids. Ich muss mal killen noch. Warte mal nach Medikids. Komm, flieg der runter. Alter. So. Warte, der ist versunden. Geil, dann geht da ein Fehl noch. Nein. Der ist auch unten. Und der auch gleich. Komm, steh auf. Steh auf. Geil, der ist auch unten. Einer fehlt noch. Jetzt tun wir schon dich da hin. Ach, scheiße, das sehe ich nicht mehr, weil der schon tot war. Warte, ich muss sterben. Alter, warum hat der Dropkick jetzt nicht funktioniert? Also ja, okay, im Stehen funktioniert das schon nicht. Alter, ich bin fast tot. Oh, na, fuck, man. Jetzt bin ich gestorben. Okay, aber es wird zum Glück gespeichert jetzt. Also man muss jetzt nochmal alles von vorne machen. Das ist immer ganz angenehm. Okay, stop. Du bist gut, ehrlich gesagt. Aber das andere ist... Du kennst. Du kennst. Ich glaube, es ist ein Crash Mad, welches... Aber ich habe es. Keep die Musik laut, und geh zu mir. Gib mir BROKEN-BONES. CHUCKED-LID. STRAIGHT-UP-TORTURE-BORN-AF. So, okay, also... Einfach nur ein paar Zombies kill. Perfekt. Boah, fuck, man, jetzt fall ich ja runter. Warte mal rauf da. Oh, der Schädel ist unten. Da geht's wieder rauf. Da geht's wieder rauf. Da gehen wir auch fehlen los. Boah, scheiße. Boah, scheiße. Da geht's, Achso, warte mal, ich brenne da nicht gar nicht, oder? Warte mal, wir müssen, ah hier, noch draufschlagen, oder? Na, warte mal, das bringt ja nichts. Ah, was brennt denn hier? Warte mal, die müssen da rein. Ach, scheiße, hab ich denn die Arm zündet? Müsste irgendwie ins Feuer rein, kann ich da zumachen, oder so, dann falle ich nicht wieder rein. Ah, perfekt, dann brennt das E direkt, wenn ich draufschlag. Alter, ich bin schon direkt tot. Aber wir haben schon drei, gell? Und noch ein Benzinkanister, oder so, boah, ist wieder so ein großer. Scheißdreck, Mann. Okay, einer fehlt noch. Alter, wie viel haben wir das getroffen damit? Also angezündet. Warte mal, hier noch. Da ist noch ein Benzinkanister. Okay, das war's. Jetzt aber nur töten, oder was? Ach, scheiße, wäre ich wieder was runtergefallen. Alter, was ist denn da, hat ich jetzt bemüht? Scheiße, der große, der hier. Ah, hier, könnte ich heilen. Komm, schneller. Alter, das ist ja großen Facken, richtig ab. Warte, ich brauche jetzt noch Heel da. Nein, nicht runterfallen. Scheiße. Kann ich mich denn irgendwie anzünden, oder so, das wäre halt geil. Dann würde ich wahrscheinlich noch nicht schnell sterben. Ach, scheiße. Warte mal, die Hälfte haben wir hier schon. Nein. Nicht, dass ich wieder runterfalle. Liegt da vielleicht immer noch ein Benzinkanister rum, weil dann könnte ich den irgendwie anzünden, oder so. Aber da liegt, glaube ich, nichts mehr. Ah, noch Medikates, gell? Ah, ich glaube, da ist keiner mehr. Scheiße, das hat mich wieder getroffen. Aber er brennt schon. Ah, tot. Okay, fertig. Can I call you bestie? I don't want to alarm you, but that was awesome! We are going to be so famous when this goes live. Yeah, fame ain't my poison. Getting out of hell, are you, though? That's still plan A, but no reason I can't raise my name value, too. Not that E there's happening without a stable internet connection. True. The city's in total quarantine, but there's room at Emma Jaunt's, other survivors, food. What? Bestie? I know you aren't suggesting we break up the team. We can roam this city, creating beautiful content together. We'll get, like, Nobel Peace Prizes for our life-saving documentaries. I'm not doing this for you again. You've got enough to make your big splash. Hmm, okay. I do need to edit this. Okay, if we only get one video, it has to pop. But don't stream any gold behind my back. Okay, dann sind wir fertig. We're actually a cool mission. Okay, warte mal. Wir müssen ja noch zurück zur... Also zum Haus da oben mit. Ach, scheiß Alarmanlage. Ah, wir sind wieder hier. Da kann ich kurz... Also, wir haben nicht, glaube ich, ganz schnell zurück. Wir sind wieder zurück und dann sind wir, glaube ich, direkt wieder draußen. Äh, warte mal. Jetzt noch die Straße hier rauf und dann sind wir richtig da. Na, warte, sind wir hier. Alter, verpust dich. Wir sind hier schon tot. Boah, alter, das war geil. Äh, warte, wo waren das jetzt? Ei, hier. Die Straße, glaube ich, oder? Ich glaube, da sind wir zu richtig. Ich glaube, da sind wir zu richtig. Äh, ah, wir sind wieder da. Jetzt müssen wir noch irgendwie reinkommen, aber ich glaube, das... Wo war denn das, wo wir rausgekommen sind? Geht ihr da drüberklettern oder so? Ja, wo bin ich denn da rausgekommen, bitte? Ah, warte mal, ich muss noch mal schauen hier. Geht's ummachen oder so? Na, ich hab keine Ahnung, aber... Ja, wir sind hier, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ja, gut, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal mit der Folge. Ich hoffe's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020